ja man kommt ja diese woche um den vergleich nicht herum wenn man sich das spiel der deutschen nationalmannschaft anguckt und das vergleicht mit dem spiel der deutschen bundesregierung kann ich nur sagen klassenunterschied und in einem normalen turnier wie bei der wm wenn da eine mannschaft schlecht spielt dann scheidet sie irgendwann aus diese bundesregierung spielt jeden tag schlecht nein unterirdisch schlecht aber leider ist zu befürchten dass sie sich weitere drei jahre durch vorstellt und das macht mich mittlerweile zornig weil das kostet zukunftsperspektive für viele menschen nehmen wir das beispiel bildung ich hatte schon in der letzten woche berichtet dass das sparpaketen kahlschlag bei der beruflichen qualifizierung organisiert weil im haushalt für arbeit und soziales gespart wird und diese woche bildungsgipfel groß angekündigt zehn prozent des bips sollen für bildungsinvestitionen her dringend erforderlich völlig gescheitert auch wegen der unfähigkeit von frau merkel mit den ländern fern deal zu machen wer die kosten trägt es wird immer klarer unsere bundestrainerin ankala merkel hat kein konzept vom spiel und das ist ziemlich bitter